Ja, wir sind eben bis zum nächsten Mal. Komm, alle binken bitte, alle binken. Setz euch auf, Mann. Ich frag mich, was die sich jetzt denken. Wahrscheinlich kommen wir so, Jedi ist so an Spaß. Das ist so unnötig. Es ist echt, echt, ey. Wir müssen uns nochmal aufdrehen, oder? Ja. Das war ja auch halt mal die Idee. Ich hätte jetzt auch einen Legend wegen gespielt. Ich auch, ja. Ich bin schon scheinbar, ne, wenn ich nicht. Ser zawdian zahnt, so... Den Titel hast du nur, weil du bei Global Mode warst. Ja, das stimmt. Also was machen wir jetzt am Ende? Die Asos sind dazu, dass sie keinen Schaden kriegen. So viel von der Servo und halt mit 100% rausgehen, ne? Und die Servos machen halt Schaden. Rasko bleibt noch draußen weg. Ich mach drück mit meiner Granate Schaden, die gehen halt voll auf mich, ne, und ich will halt das Tyler nicht mit 100% Barrel Gate und dann flash ich sie. So, man kann doch gleich außen stehen bleiben, oder? Muss man ja nicht mal facewalken. Nee, dann kriegst du früher Schaden. Du musst dich rausporten mit Shroud halt. Achso, okay. Erst in die Mitte dann und dann rausporten mit Shroud. Warte, warte, warte. Ich hoffe, die bleiben da. Raskon, warum pushst du so? Raskon! Oh mein Gott, war das knapp. Er ist so dumm. Raskon, du Spaß, du... Alter, bist du entdeckt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Check nicht, du hast gebrochen. Jetzt hab ich's gebrochen. Neymar. Er ist glänisch. Er ist in der Welt nicht gegangen. Nee. Jetzt! Hold up! Hold up! Das ist ein Fail, Moment. Oh mein Gott, mein Mann nervt. Warte. Oh mein Gott. Er ist so schlecht. Oh mein Gott, Raskon. Wenn das jetzt so hochgeladen wird, ist das halt extrem gut. Gewinnig, gewinnig. Oh, Moment, Moment, Moment. Oh, meine Mann nervt. What the fuck? Was hat er nur gemacht? Oh mein Gott. Deine Mann jetzt... Er rennt halt rein. Er rennt halt einfach rein. Ja. Er ist doch ein bester Savo, Alter. Oh mein Gott, Alter. Hä, ich... Die haben die mich da enttarnt. Ich hab mich... Ja, du bist einfach reingelatscht, Alter. Ja, aber die ganze Zeit hab ich gepostet. Hä? Weil der dauerhaft AOE macht. Warum ist der noch reingelaufen? Der... Ich wollte mich hinter den... Ich wollte hinter die in die Ecke. Der hat AOE... Der hat AOE... Der hat deine Mama nur gestresst, weil du mit Savo spielst, Alter. Was? Raskon, du spielst mit Savo? Bist du behindert, oder was? Nee. Oh mein Gott. Mach mal Top 3 auf den... Sniper, Alter. Mit dem kann er sich nicht so gut tarnen, Raik. Weißt doch. Ja. Ja, enttarnt, da passt das doch relativ. Ey, die bewegen sich ja nicht. Dann kann ich hier stehen bleiben. Ja. Voll chillig, ja. Gut, dass ich noch Twilight-Granaten dabei habe. Ich glaube, ich werde einfach mit Wagemut mit Todesfeld reinballern. Und Shroud und Steckforten. Geh mal aus Talen und winke. Ja, stimmt, das ist... Jungs, treff mich an. Ey, geh, lass mal aus Talen einfach gehen. Nein, ihr nicht, ihr nicht. Lass mich. Nur mich. Stimmt, das ist eigentlich... Ihr nicht, ihr nicht, ihr nicht. Ey, das ist aber... Ey, ihr hättet einfach alle Todes... Wir hätten einfach alle Dotzenden. Alle Todesfeld mit Wagemut und schnell wegforten, Alter. Das wäre einfach viel besser gewesen. Ich bin ja jetzt auch auf Dotz. Naja, eigentlich schon, ne? Das ist halt ne höhere Damage Reduction auf Deception. Ja, was bringt das? Ja, aber Damage Reduction geht ja nicht. Ja, klar. Das ist... Sag, sag mal, kann man hier immer noch hochklettern? Ich meine, viel mal Deathfield sind einfach auch... Naja, aber bist du hoch Jedi, da kannst du nicht hoch. Ja, es wird halt funktionieren, wenn Deathfield noch den Dot spreaden würde. Aber tut's ja leider nicht. Ja, aber so vier Attentäter, die... Ja, weil vier mal Deathfield sind ja trotzdem über 30.000. Er ist einfach weg geworden. Naja, keine Ahnung. Ja, ihr versucht einfach mit... Ja, viel Leben rauszugehen. Dass die uns nicht suchen. Die haben gar keinen Fall. Ja gut, aber die haben... Ja, würde ich jetzt aber auch nicht machen, glaube ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich... Ich glaube, es gibt ein Video, wo... Keine Ahnung, die Outrollen uns mag... Die suchen dir halt überall... Ey, das haben wir auch schon mal gemacht. In der Preseason mit Jam Jam und Piccaro. Da haben wir uns auch gesucht. Aber das sind sie dann später gelieft, aber... Ja gut, die sind halt auch... Keine Ahnung, ich kann's verstehen. Die sind halt live. Also einfach die Zeitverschwendung. Halb... Ja. Es ist jetzt aufgefallen, wie Arzad eigentlich aussieht. Alter, sein Schatz so hässlich. Und der ist auch fett. Oh mein Gott. Ja... Arzad ist so gut hässlich, ja. Keiner Tanks, Praxiskommando nicht. Ja, okay. Haben die umgestellt. Du siehst halt Frontier nicht legen. Ja gut, der spielt ja eh nie was anderes. Der hat auch schon getankt. Der hat tankt. Glaube ich so. Final Town Town. Ah, die Zeit geht runter. Wir müssen ja dann noch eine zweite Runde gewinnen, wenn wir überhaupt gewinnen. Ja, dann wahrscheinlich schon mit Runde oder so. Ja man, wir haben doch bestimmt Raskon verkackt dann nochmal und dann... Ja, Raskon... Raskon rennt dann wahrscheinlich zu uns. Ah Leute, helf mir, helf mir. Und wir werden dann auch aufgedeckt, Alter. Kleiner Wunderbuss. Ja komm Sparks, Sparks rum. Und wo's Arzad. Raskon, helf mir, helf mir. Oh man. Okay, eine Minute noch. Das schaffen wir auch. Sie kommen, sie kommen. Nein, nein, nein. Verfisst euch, die Hunsel. Was stört denn die uns jetzt so? Es macht halt keinen Sinn, dass wir alle... Es macht halt keinen Sinn, dass wir alle... Es macht halt keinen Sinn, dass wir zu dritt rumlaufen. Ja. Guck mal, die wechseln der Zeit und die auch. Oh scheiße. Oh scheiße, ich bin aufgedeckt worden. Fast. Ich weiß ja nicht Raskon. Ich weiß ja nicht Raskon. Ich weiß ja nicht Raskon. Lauf einfach rein. Und lass mich aufdecken. User joined your channel. Was? Was hat das? Wer ist Drago? Was? Halt schon. Halt schon. Halt ist es. So, ja. Hallo Drago. Halt schon. Halt schon. Hey Drago. Halt schon. Hast du bei euch im PS oder was? 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 Ey, kommt rein. Warum lasst du das? Hm, Lucy hat uns gerade nebenbei ein Bild von euch geschickt. Ja, Raskon ist gerade reingerinnen und hat sich glauben lassen, der Spaß. Was los ist denn? Ja, genau, sagt Lucy auch. Ich komme einfach so nebenbei. Ja, los Leute. Warte, habt ihr den Kunden kurz gedickt? Ich bin bereit. Lass dich schön in die Mitte gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich mach schon mal Schaden. Ich mach schon mal Schaden. Die müssen jetzt auf mich gehen, okay? Geh auf mich Bitches. Geh auf mich Bitches. Nass, die gehen wir nass, die Idioten. Fuck, ich hab nicht volles Leben, Alter. Aber okay. Trident. Okay, das war... Glaub. Das verlieren wir. RIP. RIP. Okay. Ey, wenn wir jetzt nächstes Mal gegen mich spielen, haben die halt mehr Ratings auch. Ohohoho. Ey, lass mal deren Rating damit pushen, damit wir wieder mehr Plus kommen. Du hast nichts gemacht, du hast ja nicht mal Schaden gemacht. Doch, Heilung. Ich hab Wassel-Authapes. Ich hab Monstil. Ich hab einfach nur ein Todesfeld gemacht und hab mich rausgeportet, Alter. Ey, wirklich mach Todesfeld, ich verliere erst mal 20% Leben, Alter. der mich irgendeinen Scheiß getroffen hat, ey. So langweilig, oh mein Gott. Ey, lass mal lieber Solo spielen. Ey, welche von Bitten war eigentlich die Idee, dass wir das so machen? Was soll das? Ja, echt mal Rasko, was soll das eigentlich? Rasko, was soll das? Was? Wollten wir Serious spielen und du? Ja, Rasko, ne. Verstehst du halt nicht, Rasko. Ich dachte, du würdest normal spielen. Ey, wollt ihr gleich einfach Solo lassen? Wir würden nur noch wissen, glaub ich. Ich dachte, wir lässt es vierer. Ja, gut, aber... Er lässt es mal vierer, Alter. Er ist voll gut verloren. Irgendwann ist auch die Luft raus, ne? Ne, eigentlich ist noch Luft nach oben. Also bei Yunus ist das so... Oh mein Gott, ihr seid solche Opfer, Mann. Also, nicht du Taisho, sondern die anderen. Ach, du auch. Ach, alles gut. Oh mein Gott. Ja und Jan, du bist ja eh ein Opfer, weil du Milch auf deine Tasse zu überschüttet. Ist halt echt so, Alter. Das war immer noch das Beste. Oh, lecker, Cornflakes geholt. Fuck, fuck, fuck. Ich denk nur so, ja okay, was ist jetzt los? Ich hab Milch verschüttet. Oh, das ist so eklig, Alter, Mann. Das war einfach 3 Uhr nachts. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, mich nicht. Crescon, chill, Mann. Alter, wie schlecht ist Crescon eigentlich, Alter. Ich bin selber. Die bewegen sich nicht mal, ist das denn ernst? Alter, ich seh's noch nicht mal. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, ne, dann nochmal. Oh mein Gott. Ja, komm, wir gewinnen jetzt. Wir lochen trotzdem danach, auch wenn wir das gewinnen. Ey, wollt ihr dann einfach Solo lassen? Nein. Alter, Solo ist viel lustiger. Stimmt, weil der kann man aber gewinnen, oder? Ja, genau. Du bist sogar carried, dann, Alter. Große Worte, große Worte. Große Worte von dem, der nicht Solo spielt. Oh, nice, ich bin aufm Haus, Leute. Noi. Ja, hier, guck. Ich komm. Ey, du kannst ihn ja einfach anschauen. Ne, ich flieg jetzt 1000 Meter hoch. Okay, na. Ja, dann wärst du über die Map geflogen, hätte du auch ne? Als ob du hacken würdest. Ey, warum kommst du da nicht hoch, was soll denn? Warum kommst du da hoch und ich nicht? Weil ich Rescon bin. Aber ich schaff's. Ey, warte, wie hast du das gemacht? Zuerst auf die Scheibe oder was? Du, 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 du musst, äh, du springst halt, siehst du die Kante da vorne, diese, ja, wo das so, die Delle da drin, da musst du so ganz langsam bis zur Ecke gehen und dann immer so ganz kleine Stückchen so vorspringen und dann irgendwann bist du ein bisschen weiter außen und dann kannst du mal, ja, genau. So in etwa. Ähm, ich mach Perma-Damage auf den Heal, ne? Ja, machen wir beide. Alter. Ich mein, du kannst die oben auf den Port hinlegen, ich glaub, die werden hier nicht hinkommen. Alter, äh, Rescon, wir müssen direkt raus, damit sie uns verkossen, ne? Jaja, ich hab keine Nades, scheiße. Hast du's mit Rolle gemacht, oder? Nee, ohne. Also ich wollte, aber ich war da in der Luft, deshalb ging's nicht. Jetzt stell mal an der Seite einfach mal. Da ist kein Zelt, da ist kein Zelt! Ach shit, zu daher war da auch nicht dabei, ne? Was? Ah, Vierer, damals war der süß, lustig. Nein, 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 nein. Ach ja. Du musst da immer ganz langsam an der Seite hochspringen. Weil, Daniel, wenn du's unterspringen machst, rutsst du halt ab, gell? Ja. Hier oben ist halt relativ safe, ne? Oh, der kommt da. Oh, der kommt da. Shit. Ich hab voll Bock, die grad auf die... Ich glaub, ich stimmt so nicht. Stepp ihn mal! Oh mein Gott! Jetzt machen wir beim Scan nach oben, pass auf! Komm hoch zu mir, komm zu hoch! Komm hoch zu mir, komm zu hoch! Komm hoch zu mir, komm! Komm hoch zu mir, komm! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Da oben holen die dich eher raus, als hier hinter. Guck, er macht an die Seite. Alles klar, wenn ich hier mal zum Solo gegen einen Surfer von euch spiele, weiß ich, wo ich suche. Ach, ich kann auch bessere Plätze. Ja, du bist hier der größte... Ja, du rennst einfach rein, Raskon. Oh, ich bin aufgedeckt worden. Ey, wenn wir auf der Rap-Seite wären, sorry, würde es cool. Ja, auf dem Tuch. Ja, ist echt so. Okay, komm, Raskon, lass schon mal runter. Ich geh mir kurz zu unten. Warte, ich... Ich sitze hier nur noch Spaß. Ja, ja, CC. What the fuck? Was ist hier? CC, na? Ja. Okay, los, komm auf Russell. Ich stuck... Oh mein Gott, ich... Komm, voll auf Russell. Ich hab übrigens das Netz... Komm, Russell. No? Na, Mist. Wartet euch? Hab schon. Wow. Fuck. Schaffst du's? Man. Komm, 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 komm. Oh, komm schon. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Raik, ich hoffe, du benutzt halt... Shroud, Port und dann auch noch, wenn der Shroud abgelaufen ist, dann wenn es Shroud. Du kannst es nicht, wenn du in der Säure bist. Ach, stimmt, da war ja was. Ja, nee, ich hatte halt... Ja, ja. Ich hatte Shroud vergessen. Ich hatte halt 93% durchgeportet. Ich bin und ja... Ah, nee, hier kann man nicht... Du halt einticken. Das Bastl wird 100% in Babbel gegeben. 94, 94. Äh, du 5% erleben hast du. Äh, das geht dann nochmal hin. Ich will da... Ich müsste dann irgendwie besser runterhauen, gell? Keine Ahnung. Ja. Wird halt geaufhehlend auch. Das ist ein bisschen... Verproduktiefing. Scheiße. Ich kann nicht ganz hell gehen. Sorry. Ich kann gar nicht ran, ey. Ich muss... im Self stehen bleiben. Ey, verpisst euch mal hier. Jetzt suchen sie uns. Jetzt suchen sie uns. Oh mein Gott. Fuck, fuck. Sag ich, wir müssen 2 im Tor passen, Kumpel. Ja, warte. Ich geht weg. Oh, scheiße. Absurd. Oh scheiße, er hat mich gesehen. Oh no. Ich komm hier nicht hoch. Oh. Klammte Scheiße. Jetzt mach mal einen, Lisi. Ich werd gleich mal aufgedrückt. Alter, ich hab gar keinen Bock mich 4... 4 Minuten zu bewegen. Oh scheiße, da ist Bugs. Oh, der verpisst dich. Nein, da ist Russell. Oh scheiße. Alter, Jungs. Ich glaub, der hat mich grad gesehen. Der hat grad die Futsche gemacht. Ich war grad... NEIN! NEIN! Deck-Venish. Oh, hold up. Ich verpisst dich, Alter. Jetzt ist es bei mir. Oh, war das knapp hier. Ja, es steht 1-1. Alter, Scheiße. Nein, der ist ja wieder. Ihr könnt die auch zappen, bevor die euch finden, Mann. Ja, machen wir ja die ganze Zeit. Scheiße, die sind viel zu nah, Mann. Geht doch einfach zu deren Spawn. Ja, die sind grad überall, die laufen überall rum grad. Oh oh. Oh oh. Windreiß am Arsch. Ne, 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 wenn ich mich, ich halt mach mich kurz. Pass auf, da ist jemand, Traskon. Da ist jemand. WTF? Ja, ich weiß, ich lauf da ja hin. Oh, da kommt jemand. Lucy, 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 weg hier. Nein, zeig er. Zeig er hat dich gesehen. Flaschen. Ich bin infight. Ach, flaschen. Kann ich nicht sein, ich bin infight. Mein Gott, da kommt noch einer. Komm, ihr müsst ihr hoch, wo ich bin. Hier kann man sich nicht verstecken. Bist du. Hier in diesen komischen Drehding hier. Ach so, ja. Wir müssen da hochkommen, eigentlich. Alter, dieser Lucy, der stand einfach zwei Meter neben mir. Ich stand da einfach auf einmal. Wenn Kaios fragt, ob jemand vierer spielt. Ja, Schrab, ja. Ey, Mann, ich hab keinen Punkt. Oh mein Gott, ich wurde rausgeholt. Steiger, ey. Pass auf, Alter. Ich hab nicht, Traskon. Instant vanish, instant vanish. Ja, ja. Leute, ich bin ein unsichtbares Bison. Nein, ich bin aufgedeckt worden. Fickt euch. Jetzt wurde jeder schon einmal. Nein, nein, ich hab jetzt ein Netz, Alter. Kannst du's breaken? Nee, kann ich nicht. Ja, ich hab verkrackt. Ja, ich bin tot. Nein, 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 nein. Okay, Saki, es liegt jetzt an dir. Ist der erst tot, oder was? Ich bin tot, ja. Gibt's nicht. Oh mein Gott. Nein. Bitte sag du auswendisch. Naja. Naja, können wir eigentlich schon liefen. Oh, sch... Was? Er steht an meinem Facebook. Was ist ein Genie, Alter. Ja, scheiße, Alter. Ja, Raskon, wir... Ja, wir machen das jetzt. Das können wir nicht. Ja, verlieren, ne? Geht mal da hoch, Alter. Nein, nein, bleibt doch jetzt. Tja mal. Oder, oder wir liefen? Ihr könnt jetzt aber einfach männlich drinbleiben und verlieren. Wenn ihr verlieren solltet. Die kriegen eh das gleiche Plus auch, wenn wir liegen würden, weil wir eh schon gespielt haben. Ihr kriegt vermutlich mehr Minus, wenn ihr lieft, als wenn ihr drinbleibt. Weil der eigentlich immer noch Rating in 4 rankt auf diesen Chars. Also ich nicht. Ich will eh kein Assa, also... keine Ahnung. Als ob mich Assa juckt. Ja, ich will. Okay, je nachschwimmen wir dann wieder nochmal. Hab ich gehört. Ich glaub, wer mit dem Kajos listen will, wenn... äh... Dingens nicht da ist. Wo ist der Kajos? Also bei Uno nicht genug Leute da, oder? Bei Uno, da sind grad drei Leute on und ich kenn nur... Kajos. Wo ist ein Arzt, der ist eigentlich auch da. Ja, Raskon, wie wollen wir's machen? Einer, der sich aufhört und einer, der wegläuft, oder? Äh... Ja, so müsst ihr's machen. Ja. Okay. Lauf, Raskon. Oh mein Gott, Raskon. Raskon. Verpiss dich da, Alter. Schnell. Guck, wie die mich hier oben nicht finden, Mann. Ja. Wenn du oben waren, verunsichtbar. Äh, ich dachte, du schießt da oben. Äh, nicht mit sich, Mann. Also ich... Ja, aber du musst... Aber ich hab keine Nate, Mann. Ja, komm her, ich geb dir nicht mehr welche. Ja, genau. Ja, ne, dann gehen wir aus Tarnung. Okay, komm, sauf. Ja, jetzt kommt's eh. Ja, musst du da machen. Komm, rein da. Achso, ja, okay, dann mach ich. Habt ihr einen AOE schon, den ihr machen könnt? Ja. Pass auf, schnell. Komm, gib mir. Ah, er ist mit 100% rein. Raskon, hau ab. Hau ab. Du musst weg. Komm, 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 komm. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Hatsan, Hatsan, Hatsan ihn. Hatsan, komm. Mach damage. Nein. Nein. Oh, wie knapp es war. Oh mein Gott. 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 Die. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Fui habe ich mich am Kiskan in r Rabbisch und �